gleich geht's speedboost an und volle kraft voraus auf die yamato bin ich mal gespannt ob 9 torps eine yamato killt reichen 9 torps es ist auch gerade mein problem ich habe noch nicht getobt ich habe gerade den speedboost angemacht der kurvist brennt jetzt runter vielleicht ich hoffe du sammelst alle torps von mir ein von mir nimmt sie auch einen mit 3 hat sie von mir schon 6 torps feuer gehabt ja der kurvist hat noch mit secondaries auf mich gefeuert und von hinten hat noch irgendwas geschossen auf 80.000 schaden spontan hoch alles hat nur gerade so im bereichweite und auf eine tepsi cola brauche ich nicht jetzt bleibe ich hier stehen hier brauche ich nicht weiter ich bin gerade drinnen auf einmal schmeißt er mich einfach aus die bayern rechts wäre schön wenn ihr ein bisschen fokussend ich stelle mich jetzt hier gerade auf die auf die gegnerischen die gegnerische großteil der flotte zu ich bin jetzt gerade in drüben gewesen ich bin nun weg alles klar doppelsteater auf nürnberg genau und ich krieg von vorne 12.000 und ich werde eingenebelt das ist schön ich habe ich habe etwas gutes gemacht selbst wenn ich jetzt sterbe und noch nicht sieht auf die erober diesmal aber auf geht 6 ja die nagart ist mittlerweile zu weit weg da kommt nicht mehr viel rein ich habe 15 flugzeuge runtergeballert ich habe 2 krasses ding ich will 15 ja ja ami kreuzer halt das ist krass 15 die bayern fährt durch die mitte hier die müsste gleich zu ja auf meine uhr müsste die kommen oh oh ich glaube die kommt nicht mehr ne die kommt nicht mehr versuch's jetzt nochmal mit der königsberg jetzt krieg ich von der erober noch von der seite also ich habe keine chance ich krieg von jeder seite hier schmackes schießt mit ap und tut mir noch schaden machen während ich frontal zu der stehe da oben hör doch auf jetzt sieht auf die erober Vielleicht hat es sich auserobert. Zack, da war noch eine Cedar drauf. So, unser Cap ist clear. Die Kreuze sind alle raus, die hierher gekommen sind. Da war ich kurz hinter so einem Berg. Da hab ich ein Dezent-Alber. Wenn wir es schaffen, die Schaumboost rauszunehmen, können wir versuchen, die Eiwahr zu toppen. Ja. Das schaffen wir jetzt. Stock Eiwahr fährt er alleine. Könntest du es schaffen. Warum passe ich nicht einmal auf? Ich bin am Arsch, by the way. Wieso? Weil ich gedockt bin. Ach so. Schau, das ist nach 5 Kilometer. Nein, noch. Mach die Torpedos scharf. Iowa fährt irgendwie nur Viertel Kraft oder steht oder keine Ahnung. Die wird wahrscheinlich bremsen, weil die uns ja kommen. Die ist ja nicht doof. Bist du offen? Jetzt grad nicht. Ich bretter jetzt voll auf die zu. Ich drehe jetzt sofort nach rechts weg und bretter voll auf die zu. Ich ignoriere erst mal die Schaumboost. Danke. Wenn wir die, ja, ist so, aber wenn wir die Iowa raus haben, dann ist ein 9er weg aus dem Match. Und ich denke mal, als 7er kann man schon mal durchaus das Risiko eingehen, dann einen 9er zu, äh, Downs zu kloppen. Dafür selber, dafür einen 7er zu opfern. Da hat nämlich unsere Izumo dann leichteres Spiel. Ah, da kommen die Torpedos. Ah, ja. Ah, da kann man nichts machen. Meine Torpedos sind raus. Hau deine auch raus, komm. Ja. Wir werden beide, wir werden beide Seiten brauchen, um die Downs zu machen. Und dann lass nach links wegdrehen. Ich hab da ne Vierfach-Zita gedrückt gerade. Du sagst doch, Iowa. Ne Vierfach-Zita. Holy Macaroni, Alter. Nach links wegdrehen. Er ist gerade schlecht. Warum? Wir müssen jetzt versuchen, die Schaumboost zu töten. Ich würde von drei Kreuzern beschossen hier gerade so. Ja, wir müssen die Schaumboost gehen. Komm, bitte mach mal mit hier. Ja. Ja. Nee, ich bin raus. Krieg ja Tops von allen. Ah, ist zum Kotzen. Ah, die kriegt deine Hummel, kann das sein? Nee, die kann auch raus sein. Einen krieg ja. Alter, was sind das für Team Torpedos? Ich gebe mich gleich tot. Ja, toll. Jetzt hab ich Wasser-Einbruch durch unseren Verbündeten. Hat er dich gerade nochmal getoppt, oder war das? Nee, ich hab noch einen Torped passiert. Nee, ich hab noch einen Torped. Nee, ich hab noch einen Torpeder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020